Heute erkunden wir ein verlassenes Gelände, bei dem man nicht glaubt, dass es ihn so geht. Ich habe den Tipp bekommen, dass sich mitten in einer Stadt ein Lost Place mit wahren Schätzen befindet und trotzdem fühlt man sich, als wenn man im Nirgendwo wäre. Denn die Natur hat hier die Oberhand gewonnen. Wie das alles mit dem Efeu da so dran wächst, diese alten Jalousien und Fenster. Ich fühle mich echt in der Zeit zurückversetzt. Guckt euch das mal an. Direkt vor dem Haus steht so ein alter brauner Käfer. Auch befinden sich uralte Dokumente und Zeitungen in diesem verlassenen Ort. 18. Oktober 1948. War das vielleicht mal der Reichsadler? Was war das für ein Haus und warum wurden die Fahrzeuge einfach sich selbst überlassen? Erkunde gemeinsam mit mir diesen unglaublichen Lost Place und reise mit mir in die Zeit zurück. Heute nehme ich euch mit in ein riesiges verlassenes Haus bzw. ein riesiges verlassenes Gelände. Wir befinden uns gerade wieder mal am Anfang auf dem Dachboden. Wir werden jetzt von oben nach unten gehen. Und draußen ist gerade irgendein Flugzeug am Fliegen. Wir werden jetzt von oben nach unten gehen und uns das Ganze mal anschauen. Hier ist das Interessante nicht immer im Haus, sondern auch außerhalb dieses Hauses. Also was wir da sehen werden, ist einfach nur traumhaft. Wir starten direkt auf dem spektakulären Dachboden. Wie man sehen kann, überall Dachpfannen. Und das war es auch schon. Dachpfannen und Spinnweben. Also das Haus ist, so wie es aussieht, schon länger verlassen. Da ist gar kein Fenster mehr drin. Die Dielen offenbar sind schon leicht löchrig. Da hat man Dachpfannen als Schutz einfach so hingelegt, damit man nicht da reinfällt. Und auch an diesem Fenster können wir sehen, dass gar kein Fenster mehr drin ist und das hier alles schon mal reinwächst. Und dann können wir auch direkt runter gehen. Auf den Treppen ist schon der ganze Putz von oben. Und wenn man sich das anschaut, sieht man nur noch diese Stöcker, sag ich mal. Und die Spinnweben inklusive herunterkommender Tapete. Gehen wir ganz vorsichtig runter. In der Kiste sehen wir die erste Zeitung, politische Umschau. Und die ist vom Donnerstag, 25. September 1980. Also die Dokumente, die wahrscheinlich hier finden werden, sind schon sehr alt. Wir gucken direkt weiter in diese Kiste. Hier ist irgendwas eingepackt. Das Papier, auch irgendwelche Dokumente. Und hier sehen wir einen Frachtbrief, Duplikat von 18. Oktober 1948. Krass, wie alt. Und das Papier ist auch schon so, weiß ich nicht. Guck dir das hier oben an. Da ist schon irgendwas weggelockt worden. War das vielleicht mal der Reichsadler? Aber ja, 1948, das war doch schon eigentlich vorbei, oder? Und auch auf dem Boden sind die ganzen Schnitzel von den Dokumenten, die meine Kiste hier waren, auf dem Boden verteilt worden. Wie man sehen kann, zerfällt das Papier zunehmend. Von da um sind wir jetzt gerade gekommen und auch auf der Treppe sind diese Dokumente verteilt. Ausfuhrerklärung, Rheinisch-Westfälische Bank. Das liegt alles hier noch rum. 4.550 D-Mark Gesamtforderung steht da vom 11.01.1951. Aus diesem Flur geht es dann direkt in den Raum. Ja, leider ist das schon leer. In dem Karton liegen noch irgendwelche, weiß ich gar nicht, was ist das, Schals und Tücher. Hier ist noch eine Zeitung, die ist hier oben. 27. Juni 1957, Industrie, Kultur, unabhängige Zeitung für Politik und Wirtschaft und Technik. In der Ecke ist hier noch ein Schreibtisch. In der Schublade sind auch wieder Zeitungen und irgendwas Vorauszutestes. Ich kann es gar nicht mehr erkennen, was es ist. Und auch hinter uns im Regal liegt irgendwas, was haben wir da? Short steht da drauf. In dieser Zwiebel-Schachtel sind auch noch so ganz viele Papierschnipsel. Unten drunter die neuen Verkehrsvorschriften. Das ist hier nur ein Datum. Sieht auf jeden Fall schon alt aus. Tatsächlich, das sind die neuen Verkehrsvorschriften von Februar 1956. So viel zu heute hat sich da wahrscheinlich auch nicht getan. Dann geben wir nochmal eine Tasche tiefer. Auch hier zieht sich das vor mit dem Dornen auf dem Boden. Und dann jetzt in den Flur im Erdgeschoss. Hinter der Treppe ist so eine kleine Toilette mit so einem alten Waschbecken. Vor uns auf der Tonne steht irgendwie so ein altes Kassengerät von Triumph. Und ein Teil von Mikrofon. Dann jetzt links in den Raum, dass vielleicht mal eine Art Büro war. Aber hier ist auch schon irgendwie alles zusammengestellt worden. Aber auch schon so lange, ne? Also das hat lange keiner mehr bewegt. Da unten wurden eh welche Zeitungen gehortet. Hinter der Zeitung ist irgendwie irgendwas von alten Autositzen, glaube ich. Nein, da ist... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das war für die Arbeit auf dem Feld. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann konnte das gespannt werden. Vor einer Kuh oder einem kleinen Trecker. Und dann hat das, glaube ich, den Acker umgegraben. Schon weiter durch diesen Raum befinden sich hier Plakate. Arbeit für jeden. 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Aussperrung verbieten. Stoppt Strauß-Gewerkschaftsfeind Nummer 1. Voller Volksfront. Gegen Reaktion Faschismus und Krieg. Für Freiheit und Demokratie. Wohlstand und Frieden. Krass. Gibt es die überhaupt noch? Also ich habe davon irgendwie noch nie gehört. Auf jeden Fall sehen wir hier Mitarbeiter, die streiken. Im Hintergrund die Industrie, die den Ruhrpott damals groß gemacht hat. Rechts davon gibt es noch einen Stoppt Strauß. Ja, so sah der aus. Krass. So etwas habe ich in einem Lost Place auch noch nicht gefunden. Hinter uns gibt es eine Tür, der in den nächsten Raum führt. Schauen wir mal, was es hier gibt. Was war das mal? Guck mal, das ist irgendwie so eine Abtrennwand mit Milchglas-Scheiben, dass man da nicht hintergucken konnte. Was ist denn da? Irgendwie ist da nichts. Ich weiß nicht, vielleicht war das mal eine Art Ausgabe, Rezeption oder sowas. Keine Ahnung, kann ich mir jetzt vorstellen. Vielleicht wurden hier Lohnchecks verteilt oder ich weiß es nicht. Vielleicht gehörte das Haus mal irgendeinem Fabrikanten. Leider habe ich keine weiteren Informationen zu diesem Gelände. Schauen wir uns in den Raum um. Stehen dort ein paar Tonnen. Eburit, Rotetikett. Das ist auch schon sehr alt, oder? Das ist schon lange her, wo die hergestellt wurden. Links daneben auf dem Boden sind noch irgendwelche Säcke. Was da aber drin war, kann ich leider nicht mehr erkennen. Sieht aus, weil eine Katze drauf ist wie Katzenstreu, der mittlerweile schon hart geworden sein dürfte. Und ein Blick nach draußen verrägt uns, dass das auch schon lange, lange verlassen ist. Hier guckt euch das mal an, wie zugewachsen das alles schon ist. Und was es jetzt gleich draußen zu sehen gibt, Leute, ist traumhaft. Also, ich möchte euch nicht zu viel verraten. Komm mit. Guckt euch das mal an, direkt voraus steht so ein alter brauner Käfer. Und da hinten stehen noch mehr Autos. Guckt euch mal, wie zugewachsen das ist. Unfassbar. Besonders diese Tanks, alles mit Moos bedeckt, irgendwelche Blätter, Efeu, ist alles drauf. Hier ist da so ein Schlauch dran. Wofür war der? War das so eine Art Tankstelle? Oder was ist das? Kann gut sein, oder? Guckt euch das mal an, wie vermordert das Ganze ist. Hier sehen wir das Haus noch einmal von außen mit alten Holzschalosien. Damals bestimmt sehr punktvoll und schön. Dann sehen wir noch mal die Käfer. Hier ist einer in braun und daneben ist einer in blau. Soll ich mal sagen, hellblau. Und der Grund, warum ich hier so leise rede, ist, im Hintergrund seht ihr die Mauer. Dahinter ist direkt ein Nachbar. Deswegen nicht so laut reden. Wir gucken uns einmal das Innere dieses Autos an. Mit diesem alten Lenkrad. Das Tachot und das Radio. Dieses kleine Handschuhfach dort. Und die ganzen Spinnweben. Unfassbar. Und hier kommt so ein modriger alter Wagengeruch raus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber so riecht das hier. Hinten an der Motorhaube des Autos sehen wir auch noch was für ein Modell. VW 1302. Selbst der Motor ist da noch drin. Ein wunderschönes Auto. Und dann gucken wir uns auch gleichzeitig das nächste an. Das sieht auch noch komplett aus. Aber ich weiß nicht, wie es drin aussieht. Machen wir die Tür auf. Ah, geht nicht mehr so ganz. Die Interesse 2 ist einfach so reingelegt worden. Die Fenster sind schon übelst vermockt. Aber trotzdem ist das noch ein wunderschönes Auto, oder? Besonders wie die Natur sich das alles zurückholt. Guckt euch mal den Reifen an. Krass. Mit dem Efeu, Spinnenweben. Der ist zum Teil schon in der Erde da unten. Wie das im Gesamtbild einfach aussieht. Die verrottenden Autos mit diesem zugewachsenen Haus im Hintergrund. Einfach herrlich. Schauen wir dann erstmal dort weiter. Was es noch zu sehen gibt. Da ist so ein kleiner Unterstand für Holz, wie das aussieht. Dann gibt es da noch Garagen. Bin mal gespannt, was wir hier noch alles finden. Oh, guck dich mal an. Da ist noch ein alter Opel Corsa. Wahnsinn. Der Tampusch versteckt. Das sieht man auch selten heutzutage, oder? Und der ist sogar noch komplett. Schlafkosar von der anderen Seite. Da sind dort einfach Reifen vorgestellt worden, die wahrscheinlich zu dem Auto gehören. Und wenn wir am Weg reinwerfen, sehen wir, er ist noch komplett ungerührt. Einzig die Pflanzen bahnen sich einen Weg. Drehen wir uns um. Da steht ja noch ein alter Alfa Romeo. Und auch der wurde nur von der Natur eingenommen. Innen drin ist alles noch so wie gehabt. Schauen wir uns das Ganze einfach mal von vorne an. Der steht auch schon ein bisschen länger hier rum. Vier Autos stehen hier einfach auf diesem Gelände. Echt schade. Die zwei Käfer sind Oldtimer. Der Opel Corsa A ist auch schon fast ein Oldtimer. Die Garagentore öffnen wir jetzt nicht. Das wäre zu laut. Vor allem ein bisschen den Pfad, der hier herführt. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. So weit war ich noch nicht. Hier geht es irgendwie ins Nichts. Mal versuchen es mal vorne rum. Und auch hier ist irgendwas unter dieser Plane. Was haben wir denn da? Ah, sieht auch aus wie so ein alter Pick-up. Das ist so ein ganz alter Transporter. Mal von vorne was sehen. Ja, guck dich jetzt an. Opel Blitz. Mit den alten Lichtern. Vor wann ist der? Ich bin wirklich fasziniert gerade. Gut, dass die Plane da drüber ist. Also wenn ihr wisst, von wann der Opel Blitz ist, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und davor steht noch ein ganz alter Feuerwehrwagnis. Was ist das, ne? Wow. Guckt euch das mal an. Von der Seite sehen wir was. Von der freiwilligen Feuerwehr. Und der raus ist dann einfach hier vor sich hin. Wie schade. Kann man die Tür aufmachen? Da bewegt sich gar nichts mehr. Vielleicht können wir hier einen Blick reinwerfen, aber ich glaube, das spiegelt zu sehr. Guckt euch dieses Gebäude an. Wie das alles mit dem Efeu da so dran wächst. Diese alten Jalousien und Fenster. Ich fühle mich echt in der Zeit zurückversetzt. Den Eingang hat jemand versperrt, so wie das aussieht. Natürlich ist es wie überall, wenn es zu ist, bleibt zu. Es war schade, weil ich würde gerne sehen, was da hinter der Tür ist. Aber es ist zu und ich komme nicht rein. Schade. Wie schön das einfach aussieht mit dieser Lampe da oben. Dieser Tür und diesen verrosteten Schutz für die Fenster. So ist das manchmal. Es gibt auch keinen anderen Eingang. Und auch hinter uns dieses Bild. Mit den Pflanzen, die da hochragen und hochwachsen. Und dieser alten Lampe da oben. Gehen wir durch dieses Tor. Kommen wir, ich glaube, das war mal der ehemalige Garten. Wie zugewachsen das alles schon ist. Selbst dieses kleine Detail. Also dieser Baum mit diesem Moos, dem Efeu. Hey, das ist doch wunderschön, oder? Ich glaube, das Ganze war mal ein Fabrikgeländer. Hier hat der Fabrikant gewohnt und sein Büro gehabt. Und dahinter war dann irgendwie die Fabrik. Und was genau der hergestellt hat, konnte ich jetzt nicht sagen. Vielleicht war es ja sogar Katzenstreue. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig, dass wir da nicht reinkommen. Aber kann man nichts machen. Gut, da sind wir auch schon am Ende des Videos. Wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, lass mich gerne da. Und da, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil. Und da, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und da, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und da, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video.